Fotos und Videos für deine Internetpräsenz erstellen und verwenden. Wie werde ich im Internet sichtbar? Starte mit Social Media für Erfolg durch deinen Online-Auftritt und mehr Sichtbarkeit. Mehr im Buch auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Fotos und Videos für deine Internetpräsenz erstellen und verwenden. Die Bedeutung visueller Inhalte im digitalen Zeitalter ist unbestreitbar. Fotos und Videos sind zu unverzichtbaren Werkzeugen geworden, um eine erfolgreiche Internetpräsenz aufzubauen und zu pflegen. Diese Medien ermöglichen es dir, Geschichten zu erzählen, Emotionen zu wecken und eine starke Verbindung zu deiner Zielgruppe aufzubauen. In diesem ausführlichen Leitfaden wirst du lernen, wie du qualitativ hochwertige Fotos und Videos erstellen und sie effektiv auf verschiedenen Plattformen einsetzen kannst, um deine Sichtbarkeit im Internet zu steigern. Die Bedeutung von Fotos und Videos für deine Internetpräsenz Visuelle Inhalte sind nicht nur ein ergänzendes Element deiner Online-Präsenz, sondern oft das Erste, was deine potenziellen Kunden wahrnehmen. Sie schaffen den ersten Eindruck und können maßgeblich dazu beitragen, ob ein Besucher länger auf deiner Website bleibt oder weiterklickt. In der heutigen schnelllebigen digitalen Welt ist es wichtig, sofort die Aufmerksamkeit der Nutzer zu gewinnen. Und das gelingt am besten mit ansprechenden und professionellen Bildern und Videos. Fotos und Videos haben die Kraft, komplexe Informationen schnell und auf eine ansprechende Weise zu vermitteln. Sie können Gefühle ausdrücken, Geschichten erzählen und deine Marke auf eine Weise präsentieren, die durch Text allein schwer zu erreichen ist. Daher ist es unerlässlich, Zeit und Mühe in die Erstellung von visuellen Inhalten zu investieren, die deine Botschaft klar und effektiv vermitteln. Planung und Konzept Der Schlüssel zu erfolgreichen visuellen Inhalten Bevor du mit der Erstellung von Fotos und Videos beginnst, ist eine sorgfältige Planung entscheidend. Überlege dir, welche Botschaft du vermitteln möchtest und wie diese am besten visualisiert werden kann. Ein durchdachtes Konzept hilft dir dabei, konsistente und zielgerichtete Inhalte zu erstellen, die deine Marke oder dein Unternehmen optimal repräsentieren. Definiere deine Zielgruppe und überlege, welche Art von visuellen Inhalten bei dieser Gruppe am besten ankommen könnte. Möchtest du ein professionelles, seriöses Image vermitteln oder passt ein lockerer, humorvoller Stil besser zu deiner Marke, diese Überlegungen helfen dir, ein stimmiges und authentisches Erscheinungsbild zu schaffen. Fotos erstellen – vom Konzept zur Umsetzung Auswahl der Ausrüstung Auch wenn professionelle Kameras oft die beste Bildqualität bieten, sind sie nicht immer erforderlich. Moderne Smartphones verfügen über beeindruckende Kameras, die für viele Zwecke ausreichen. Wenn du jedoch nach besonders hochwertigen Bildern strebst oder besondere Anforderungen an deine Fotos hast, kann es sinnvoll sein, in eine gute Kamera und entsprechendes Zubehör wie Stative, Beleuchtung und Objektive zu investieren. Bildkomposition und Licht Eine gute Bildkomposition ist entscheidend für den Erfolg deiner Fotos. Achte auf die Regeln der Bildgestaltung, wie den goldenen Schnitt, um die Elemente in deinem Bild harmonisch zu platzieren. Experimentiere mit Perspektiven, Tiefenschärfe und Licht, um interessante und ansprechende Bilder zu erstellen. Licht spielt eine zentrale Rolle bei der Fotografie. Natürliches Licht ist oft ideal, da es eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung bietet. Vermeide direktes Sonnenlicht, da es harte Schatten und überbelichtete Bereiche erzeugen kann. Für Innenaufnahmen ist es ratsam, zusätzliches Licht wie Softboxen oder LED-Leuchten zu verwenden, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu gewährleisten. Nachbearbeitung und Optimierung Die Nachbearbeitung deiner Fotos ist ein wesentlicher Schritt, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Mit Programmen wie Adobe Photoshop oder Lightroom kannst du Farben korrigieren, Kontraste verbessern und unerwünschte Elemente entfernen. Auch kostenlose Tools wie GIMP oder Mobile Apps bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Bildbearbeitung. Achte darauf, dass die Nachbearbeitung subtil bleibt und den natürlichen Charakter der Bilder bewahrt. Übertriebene Filter oder unnatürliche Farben können das Bild verfälschen und die Authentizität beeinträchtigen. Videos erstellen Mehr als nur bewegte Bilder Planung und Skripterstellung Ein gut durchdachtes Konzept ist auch bei Videos unerlässlich. Erstelle ein Skript oder ein Storyboard, um den Ablauf deines Videos zu strukturieren. Überlege dir, welche Botschaft du vermitteln möchtest und wie du diese am besten visuell umsetzen kannst. Ein klares Konzept hilft dir, fokussiert zu bleiben und ein kohärentes Video zu erstellen. Technische Umsetzung Auch für Videos kannst du dein Smartphone verwenden. Allerdings kann es sinnvoll sein, in ein externes Mikrofon und eine gute Beleuchtung zu investieren, um die Qualität zu verbessern. Für aufwendigere Produktionen lohnt sich eine professionelle Kamera und eventuell sogar ein Gimbal zur Stabilisierung, um flüssige und verwackelungsfreie Aufnahmen zu gewährleisten. Dreh und Schnitt Achte beim Dreh auf eine ruhige Kameraführung und gutes Licht. Versuche, unnötige Hintergrundgeräusche zu vermeiden und die Szenen klar und deutlich zu gestalten. Der Videoschnitt ist eine Kunst für sich. Mit Programmen wie Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro oder DaVinci Resolve kannst du deine Aufnahmen professionell bearbeiten. Für einfachere Bearbeitungen gibt es auch kostenlose Optionen wie iMovie oder Shotcut, die für den Einstieg ausreichend sind. Die Verwendung von Effekten und Musik kann deinem Video das gewisse Etwas verleihen. Achte jedoch darauf, dass die Effekte nicht vom Inhalt ablenken, sondern ihn unterstützen. Musik sollte gut zur Stimmung des Videos passen und die Botschaft verstärken. Denke daran, dass du für die verwendete Musik die entsprechenden Rechte besitzen musst, um urheberrechtliche Probleme zu vermeiden. Konsistenz und Anpassung an deine Internetpräsenz Die Konsistenz deiner visuellen Inhalte ist entscheidend für die Wiedererkennung deiner Marke. Achte darauf, dass Farben, Schriftarten und Design-Elemente in deinen Fotos und Videos einheitlich sind. Dies schafft ein professionelles Erscheinungsbild und hilft deine Marke klar und deutlich zu kommunizieren. Überlege, welche Plattformen du für die Verbreitung deiner Inhalte nutzen möchtest. Jede Plattform hat unterschiedliche Anforderungen und Zielgruppen. Daher ist es wichtig, deine Inhalte entsprechend anzupassen. Ein Bild, das auf Instagram funktioniert, ist möglicherweise nicht ideal für LinkedIn. Passe die Formate und die Auflösung deiner Inhalte an die jeweiligen Plattformen an, um die beste Wirkung zu erzielen. Die Kunst der visuellen Kommunikation Die Erstellung und Verwendung von Fotos und Videos für deine Internetpräsenz ist eine Kunst, die viel Planung und Kreativität erfordert. Hochwertige visuelle Inhalte können den Unterschied zwischen einer durchschnittlichen und einer herausragenden Online-Präsenz ausmachen. Indem du Zeit und Mühe in die Entwicklung von Konzepten, die Auswahl der richtigen Ausrüstung und die Nachbearbeitung deiner Aufnahmen investierst, kannst du Inhalte schaffen, die nicht nur visuell ansprechend, sondern auch inhaltlich stark sind. Die digitale Landschaft entwickelt sich ständig weiter und mit ihr die Erwartungen der Nutzer. Bleibe offen für neue Techniken und Trends, um deine Inhalte aktuell und relevant zu halten. Mit einer klaren Strategie und einem Auge für Details kannst du sicherstellen, dass deine Internetpräsenz nicht nur auffällt, sondern auch nachhaltig Eindruck hinterlässt. Mehr im Buch Wie werde ich im Internet sichtbar? Starte mit Social Media für Erfolg durch deinen Online-Auftritt und mehr Sichtbarkeit auf Amazon und auf www.marcusflicker.com Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Dein Feedback hilft nicht nur dabei, diesen Podcast zu verbessern, sondern unterstützt auch, dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Wenn du auf YouTube zuhörst, vergiss nicht, den Daumen hoch zu klicken und den Kanal zu abonnieren, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Dein Like zeigt mir, dass dir der Inhalt gefällt und motiviert mich, weiterhin interessante Themen für dich zu behandeln. Auf Spotify, Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform kannst du mich unterstützen, indem du mir folgst und eine positive Bewertung hinterlässt. Jede Bewertung und jeder Kommentar sind Gold wert und helfen dabei, diese Community zu vergrößern. Und falls du auf Social Media unterwegs bist, teile doch gerne diese Folge mit deinen Freunden oder in deiner Story. Tagge mich, damit ich deine Posts sehe und wir uns auch dort vernetzen können. Nochmals danke, dass du Teil dieser Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut und bleib inspiriert. Wir wollen jetzt unsere Podcast-Reise bist. Bis zur nächsten Mal.